Ja, wenn du es nicht brauchst, klar. Achso, wieder hier? Boah. Hat hier jetzt kacke, ey. Kann man nicht zweimal heute schon hier? Naja, es ist jetzt das zweite Mal. Aber das Gute dieses Mal ist das nicht so heftig. Komm, wasser auf mich klug. Mein Flammenwerfer. Ja, mein Flammenwerfer flambiert. Ich habe den relativ hoch positioniert, damit der nicht ausschalten kann und der alles angreifen kann. Aber der Dreck, was grünes war, das finde ich Hammer. Das Spiel ruckelt so ein bisschen zwischendurch. Ja, habe ich auch. Ich dachte schon, ich wäre bescheuert. Achso, das liegt an mir. Nee, das sind die Server. Ich suche da hinten den Heiler zu töten. Ja. Perfekt. Hab den. Cool. Jetzt ruckelt es aber deutlich, ne? Ja, zwischendurch. Boah. Krass. Und wo kommen die denn? Nein. Oh, die müssen wir töten. Das ist so ein blöder Sack, der jetzt hier so ein großes Maschinengewäller legt. Stimmt die mal an. Gute, ne? Gute, ne? Gute. Versucht sie mal zu umlaufen. Ja. So ein Dicken habe ich gesteckt. Das hat man korrekt, das war der, der so... Ich hab' den Flammenwerfer hier oben hingestellt, der dürfte die jetzt kriegen. Geil. Dann können die da sich nicht mehr verstecken. Ja, das funktioniert. Wer kriegt die, sobald die ins Cover gehen? Geil. Jawoll. Wo kommen die jetzt her? Andere Seite. Keine Ahnung, wir nicht. Andere Seite. Ja doch. Abgescannt. Überhaupt nicht. Ah doch, da sehe ich einen. Krass. Na, weit da hinten dran. Hammer. Russia, jede Menge. Also haben wir nicht mehr erstmal... Wie gern die Block. Oh. Ich schaue. Wow. Stellen... Wir schütteln... Flammenwerfer da oben drauf. Jo. Geil. Hier rechts... Flankiert mich ja nicht heute. Ich tue mir den Heiler. Aber danke. Der ist weg. Bitte. Warte. Wenn das nicht so ruckeln würde, ne? Dann könnte ich mir auch nie einen Deckraum begeben. Oh, hinter uns kommen welche jetzt. Fuck. Müssen den Typen ja ausschalten. Hab den. Warten das nur Highlights. Boah, das ist so ruckelt. Übel gerade. Habt ihr das auch? Ja. Boah, ist das schlimm. Ein Dicker ist hier, ein Heiler. Dick von so einer Nase. Okay, den haben wir. Da konnte ich nicht hoch. Ja, kein Problem. Ich stand ja hier direkt um die Ecke. Ich hoffe, mein Flammenwerfer kann die flambieren da. Jawohl. Dann können die nämlich nicht schießen. Noch mehr? Jetzt kommt der Boss. Einen Gott. Ja, von gerade aus. Oh Gott. Da kommen noch mehr Dickel. Lass die mal kommen. Wir haben Flammenwürfer hier und so weiter. Drei Bosse. Kannst du scannen? Okay, Hammer. Bist du im Bock? Äh, ja. Da kommt der Erste. Boah. Bin down. Hab mich selbst wieder hochgedehlt. Der geht da hoch. Der hat den Flammenwerfer kaputt gemacht da oben. Da hinten haben wir einen Scharfschutz dabei. Ja. Ja. Merke ich. Ich bin gegangen mit dem Schossen. Ich bin down. Kommt zu euch. Nee, bleibt da. Ja. Kommt bitte. Boah. Ja. Ich hab keine Munition mehr. Krass, ich muss mit einer anderen Waffe jetzt schießen. Hammer. Ich bin da mit einer anderen Waffe. 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 Das ist wirklich ein grosser Runden. Boah, die schlucken gute Munition, ne? Da ist ein Heiler bei. Ja, sehe ich. Hinten ist ein beschissener Dingens. Ein beschissener Sniper drin. Okay, wir müssen einen fokussieren, Leute. Den Heiler. Bei mir um die Ecke ist direkt einer. Hab den Sniper. Boah, fuck. Ich bin hier bei dem Heiler. Ich muss mal einmal irgendwo rumlaufen, weil ich blute gerade und kann nicht mehr schnell laufen jetzt. Hier kommt einer. Meine Flamme, wer verflambiert denn gerade? Nein. Und mich auch, ja. Scheiße. Habt ihr. Dankeschön. Hey, ohne Scheiß. Wir müssen hier uns eine Taktik reinfallen lassen. Komm, wir nehmen jetzt den ersten hier. Der wird aber geheilt. Hier ist eine Healing Station irgendwo. Wir müssen uns den Heiler packen. Wo ist denn der Heiler? Scheiße, ich bin down. Ja, ich sehe es. Ich kann dich gerade nicht holen. Nee, hier sind alle drei Gegner. Ich stehe hier hinter der Deckung. Ich kann hier nur mit der Special Ability, aber... Genau, komm mal. Ja, genau. Oh, jetzt bin ich gleich down. Ja. Ja. Oh, ist der Heiler schon wieder hinten hängen gelaufen. Der ist wieder abgehauen. Ja, ja. Der läuft die ganze Zeit weg, der Typ. Ich hab den Heiler hier vor mir. Ja, aber du hast ihn ja nicht erledigt. Ich dachte, du hast ihn. Hast du angehört gerade. Fuck, ich bin schwer down. Wir sind hier alle beim Heiler. Ich warte auf den. Ich hab gleich seine Rüstung. Hab den. Jawohl, ja. Okay. Was ist Granaten da rein? Hab keine mehr. Ich bin gerade schon auf den Kopf. Ich bin gerade schon auf den Kopf. Hab den. Aber. Jo. Mein Gott, sind die nervig, die Typen. Ich bin der letzte. Einen haben wir. Ich bin der letzte. Ich versuche, die Lenkteil hinzukommen. Auf den Rucksack von dem. Wir halten es vorne drauf. Ich nehme jetzt Brandmunition. Jawohl. Warum hab ich das nicht schon Ärger gemacht mit der scheiß Munition? Ja. Keine Ahnung. Nicht dran gedacht. Das war heftig gerade. Ja. Das war heftig. Ja. Ja.